Hallo Minecraft Freunde, willkommen bei Männer WG. Ja, diesmal ist er richtig, diesmal ist er richtig, ja, 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 man, diesmal hast du's. Hunder, was? Männerpistenhaus. Ja, nee, ist klar. Und Survival WG. So, auch erstmal ganz was ein, hey, hey, hall ihr Leute, meine Zuschauer, nicht wundern, wenn mir das nicht anders anhört, der hat jetzt ein Mikrofon, der ist auch ein bisschen lauter und so, ich weiß nicht, wie das... Nicht, wo er will ich mich anders anhöre, ich höre mich anders an. Wir haben hier irgendjemanden, wer bist du? Ja, das ist ein Gast von Jama. Hala, hast du meine Treppe geklaut? Das ist ein Gast von Jama und heißt Maiskoln. Hallo Maiskoln. Hallo. So, und ich würde... Damit du erklärst dem, was der hier darf und wie das hier alles abläuft und was dann... Dein Gast, du musst tun. Ich, äh, was weiß denn ich, was gäst du dürfen? Solltest du wissen. Ich war noch nie Gast. Ich hab nichts mehr zum Bauen. Also, zunächst einmal, du darfst dir ein Haus bauen. Oh nee, du darfst mir ein Zeug bauen. Und, äh, ich sag mal so, wenn du, du hast doch sicher unsere Folgen auch so ein bisschen verfolgt. Ja, ja. Und, äh, entsprechend weißt du auch, was einzuhalten ist. Woher soll er das wissen? Na, wenn du die Folgen gesehen hast. Hat er? Also, vom Weg aus, äh... Ich nehm einfach mal an, dass ich hier nicht über den grieven soll, oder? Nee, das wäre eine blöde Idee. Nein, wenn du dein Haus baust, äh, suchst du dir einen Weg aus und der Weg, der Weg zu dem nächsten Haus musst du beachten. Denn das nächste Haus ist gültig und, äh, da musst du einen Block mindestens höher sein. Okay, na, gut. Was? Nein. Ey, komm. Nicht, nicht, nicht sowas machen. Ja, die brennen nicht ganz so. So, ich, äh, genau, jetzt weiß ich wieder, was ich machen wollte. Ich wollte eigentlich oben mal gucken, ob mein Gras gewachsen ist. Es ist gewachsen. Das heißt, ich kann das hier... Klaus, einfach mal grünes Gras, ja? Für dich, ja? Das arme Gras, das weint, das weint. Kale, jetzt musst du Metos auch umbringen. Ähm. Das weint, das weint. Oh, du wirst mir nicht geil. Oh, Metos hat mich angefasst. Oh, ich fühl mich ganz täglich. Ja, nee, ist klar. So, das... Metos, das ist ein Liebesgeständnis. Kale kann das nur nicht anders ausdrücken. Habe ich mir schon fast gedacht. So, das da unten. Kale und Metos. Kale und Metos. Das macht mir ernst. Eieiei, was sehe ich da? Ein verliebtes Ehepaar. Ich drück mal ganz das T, Leute. Jama, nein. Haha, ich hab Jama auch noch freuen. Meti, Lein und Kale. Die Kripo machen mir irgendwie Angst. Ja, wenn du nicht schnellst, was hier ne Kripo. Ich weiß schon, aber trotzdem. Ist eigentlich Blockschaden an. Ich nenne mal ne Folge Jama als Plan. Nein, ist nicht. Hey, Leute, hat jemand mein Klo abgebrochen? Es wäre ein bisschen schade, wenn das hier zerstört werden würde. Ja, ja, ja. Ey, ich hab mein Klo nicht abgebaut, ne? Wie der eben gerade. Das heißt, nee, Moment mal, den hätt ich gar nicht wegmachen müssen, den halben. Ja. Der Kripo, der hier stand, der ist durch den Boden gefallen. Das ist mal das allergeilste. Geil. Liebe die Kripo. So, ähm. Liebe die Kripo. Liebe die Kalle. Ich habe noch 10 Erde hier übrig, die ich nicht mehr brauche. Die packe ich dir hier hinten damit bei, ne? Liebe die Kripo. Wo soll ich jetzt mein Haus bauen? Ich hab keinen Plan. Irrst du, Kalle. Kann ich ja einfach, ne? Äh, lasst es von Kalle erklären. Du, sag mal einfach mal, wo ich baue. Ja, aber es ist dein Gast. Ja, aber ich kann doch nichts dafür, wenn der nichts weiß. Und ich muss mal hier durch das Haus von Kalle, damit ich vorne wieder hinkomme. Pass auf, das höchste Haus ist mittlerweile hier, ist das hier. Wenn du jetzt hier an dem Weg anbaust, musst du einen Block höher als dieses Haus jetzt sein. Hier hast du schon wieder wirklich noch einen Weg. Ja, das heißt, der Boden ist das hier. Das heißt, du musst den Boden jetzt auf dieser Höhe bauen. Dann machen wir da oben noch. Moment. Du musst jetzt hier den Weg so weiterführen, wie er jetzt ist. Äh, Scheibenkleist, wie die... Ja, da brauche ich... Willst du ein bisschen Stein haben? Ich hab ein bisschen Stein zu Hause. Das heißt, theoretisch... Ne, ich mach das anders. Ich mach hier nochmal ein bisschen Erde raus. So. So, drei. Hört mich jetzt wahrscheinlich hier erst mal hier ein bisschen um. So. So, dass es ein bisschen rechteckig wird. Nein, so. Ich hab nur noch davon zwei übrig und davon. So, die auch neu. Weil mehr als zwei oder vier brauchst du von den Studierenden. So. Das heißt, ein bisschen Weg kriegst du sogar schon hin. Ja, so. Musst du nur noch ein bisschen was brennen. Komm mal her. So. Mann, ich will die Suche nicht benutzen. Zack, zack. Du hast zwei davon und hier für den Weg. Bitte schön. So. So. Ich denke mal, du brauchst nur zwei Treppen, aber ich hab jetzt was Schäden. Das Schäden, den ich finde, ist richtig hässlich, merke ich gerade. So, machen wir das. Hat einer von euch einen Eimer? Nee, ne? Meta, ich wollte gerade bei mir im Klo craften. Ähm, ich mach mir jetzt einen Eimer. Aber es funktioniert ja nur in echt, hab ich vergessen. Ja, jetzt hab ich einen Eimer. Meta, wieso kann man eigentlich nur in echt im Klo craften? Oh, ganz für Redstone, das verbrenne ich jetzt einfach mal. Äh, nein, das machst du nicht. Und verbrennt, verbrennt, verbrennt. Das darfst du nicht. Alles verbrennt. Der Kalle, ey. Ist das denn all? Ausnahmsweise macht Kalle mal was, wofür ich ihm beisteuern kann. Wofür ich bezahlt werde, ja? Entweder mach ich mal das, wofür ich bezahlt werde. Das wolltest du gerade sagen. Gib's dazu. Sag doch jetzt den Zuschauern, dass du mich bezahlen kannst. Nee, ich würde nicht. Nee, das jetzt weiß du Bescheid, ja? Ich krieg von Jama 100 Euro pro Monat, wenn ich Redstone verbrenne. So sieht es nämlich aus. Ah, so ist das also. Ja, ich hab mir erst gesagt, ich bin ja auch gebraucht, das Geld. Ja, was bin ich? Ich bin alt und es nicht mehr haben, oder wie? Ja, genau. So nett war. Du sagst immer, du bist 86. Na und? Auch 86 haben wir noch Geld. Du hast genug, du hast genug Rente. Du brauchst keine Rente. Ich hab's verpasst, sie anzumelden. Kalle, weg da. Oh. Da müsste... Kalle, aus. Das Bord steht... Ön, da. Was, Fortschritt ist hier verboten? Gut, jetzt haben wir's. Perfekt. Da haben wir einen kleinen Swimmingpool. Wir hatten die erlaubt, Fortschritt zu produzieren, ne? So, dann... Machen wir, machen wir. Hier so'n kleinen... Mythos, wusstest du, dass der Trick, der bei diesem ME-System funktioniert, auch beim normalen Traften gut geht? Weißt du, was du auch machen kannst, lieber Mais, komm? Ja. Und zwar der Turm, den du siehst, ne? Der wird... Wir laufen die Treppen hoch, die Treppen... Es wird aus dem gleichen Stein gebaut, wie der Weg sein muss. Du kannst auch den Stimmen von der Treppe hochgehen und da einen Weg haben. Genau. Wir suchen unser Klo. Ja. So, dann machen wir. Machen wir. Ja, das ist die Männer-WG hier. Äh. Mythos, meine Frage. Oh, Mythos. Für Eisenzaun haben wir ein bisschen wenig Eisen, das mach ich jetzt nicht. Was denn? Bei ihm Klo, ist da das Klopapier links oder rechts? Äh. Was? Das... Das ist, äh, völlig egal. Weißt du, jetzt wo die Klorolle dann hängt? Ja. Das ist egal, je nachdem, wie das Klo steht. Bestimmt bei mir doch... Bei mir doch das bestimmt auf dem Klo, äh, Dings. Auf dem Klo. Nee, bei ihm hängt das von der Decke. Haben wir irgendwie... Meist auf der Waschmaschine von der Klorolle. Nee. Aber sonst hängt es rechts an der Wand. Aber... Ach, genau. Mal auf die Waschmaschine, weil ich bin zu faulers rein. Kalle, ich hab wieder 16 Erde übrig, die packe ich bei dir mit bei. Super. Mythos. Ja. Es hieß doch, dass wir uns irgendwie, äh, Rüstungsständer mit Armen machen dürfen, irgendwie. Äh, nicht hier. Im Pistenhouse Survival. Ach, Mann. Kann man das nicht universell machen? Nein. Ach, die baust du dir ran? Sag das doch, Mythos. Ja. Ich wollte aber hier einen Butler hinstellen. Nee, ich hab gedacht, du brauchst das hier. Ja, ja, klar, klar, klar. Na gut, dann mach ich den Kanzel fertig, damit du weißt, wie ich das haben brauche. Warte mal, hier hab ich noch so zwei... Teppich. Ne? Nötig. Halt. Nee, da komm ich ja nicht rum. Es wäre gut, wenn du da vorne auch irgendwie so einen Eingang machst zu deinem Garten. Dann muss ich hier mal durchs Haus laufen. Kannst du aber einfach von deinem Haus runterspringen? Äh, nein. Wie komm ich da wieder raus? Du kannst doch mal dann wieder durchreißen, wie jeder normale Menschen zur Tür. Hal需要 Euro, das ist ihm. La-la-la, la-la-la. Du bist okay. Diealomerspringen hübsch. konuşomивается. Seit wann ist Meemore normal? Nananana... Nananana... Nananara... Nanana... Nananana... Ja, aber nein... Das, was man muss immer tun. Ey, das Lied ist nicht mal, gehen mal geschätzt. Das ist ein paar hundert Jahre alt. Da bin ich mir gar nicht so sicher. doch doch ich kann alles irgendwie so die sinfonate oder sowas sind für tante sind für tante genau sagt gut jetzt habe ich jetzt kommt schon wieder nur papier aufgehängt das muss man ein paar mal benutzen ich komme nicht mehr weg wie du kommst nicht mehr weg haben wir haben wir haben wir haben wir hallo haben wir haben wir kakaobohnen kakaobohnen ich glaube ich glaube nicht ich glaube nicht ich glaube nicht keine einzige wir haben keine körperlich wüsste haben eine rolle wolle äh braune nein haben wir auch nicht was willst du denn damit ich kann mir keinen battler machen der mir das klopapier hinhält jetzt habe ich mir überlegt mache ich einfach ein braun so ein weiß so ein banner der unten dran braun ist sondern zum farbverlauf nach oben hin weiß sowie eine art handtuch zum po abwischen kakaobohnen ja ja klar nein von meiner idee mit dem klopapier zum abwischen so hier kommt noch mal erde aufnehmen 14 minuten ja was brauchst du eigentlich auch noch erde ich weiß ich gar nicht ob ich hab dir alles gegeben da nicht du warst fertig ne mit mit dem ich ihr baum haus soweit er musste nur noch einrichten so und ich brauche ich brauche irgendwie helles holz also bürken wäre gut aber ganz kurz mal leute ich brauche braune wolle ich brauche braune wolle tschüss kalles zuschauer ich brauche braune wolle schicken weil es wollen nein bitte schicken was nach elf minuten haust du schon ab kalle was elf bei kalles sind schon 13 wir sind es mehr ich habe doch schon fünf oder zehn minuten vorher aufgenommen deswegen leute wenn es euch gefallen hat gibt einen daumen nach oben ich bin jetzt ich wünsche euch was auch wieder geschaut werden wir wollen wir wollen wir gehen oder die abwärts schau vorbei das ist gut erst mieter auswachen und keine vor dem vor der folge auch das musst du können da war jetzt keine Ahnung musst du doch doch noch die reine mit drauf um nein das hoffe ich nicht zehn minuten auch schon was nicht weg da hast du ja gar keine 13 minuten ja eben da hast du also einfach 11 Minuten also in Ordnung viel zu wenig wenn er passt schon Mensch eine Stelle viel zu wenig nur so eine strengt mich an wird von der März zu machen können weil ich habe gesagt ich mal jetzt in der Woche jetzt mal zwei Männer wie folgen und er ist machen wir alle ja eben das vor der Ziele machen nicht mehr weil er sich da ist nicht mehr zweimal die Woche Männer wie gemacht ich habe schon gedacht jetzt mache ich hier Sand kaputt das wäre nicht gut gewesen nur mal so als Info ja wer hat denn die ganzen Villager getötet äh nein die sind die sind wegen dem Server ja die sind wegen dem Server Neustart gewesen die werden auch wieder neu gemacht ich habe es nur vergessen tut mir leid ja man mag ihre Nasen total ich meine der mit dem die nein das würde ich nie machen ich halte immer so ein Handtuch davor da schnaufen sie dann rein dann esse ich das was da drin ist lecker lecker musste wirklich mal probieren kommt wieder Gemisch aber es geht nur mit so einer großen Baum in die Nase naja 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 klar das Kies liegen bleibt Pommes Pommes gucken wir mal Metos ja Kalle ich habe ich habe ich habe ein Fanbrief bekommen da ähm da ist so bist du sogar abgebildet und laut schreiend Pommes kein Witz wie bildet man denn lautes Schreien ab ähm ja musst du musst du ähm ihr seid meine Freunde gucken dann passt das okay jetzt ist alles voll das wird wie will ich denn das sehen wenn du den vorliest ich zeig dir das im Video ich auch du zeigst ein Bild davon so das packen wir da rein Sand packen wir auch da rein machen sich das auch so schöne Kamerafahrten wie ich das mache ich auch da zeigst du da so ein Bild von ja 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 ich hab das angescannt ich hab das angescannt ich hab das angescannt der macht auch der Adok ja Aufnahmeprogramm das will er nicht das da äh das war entschieden dagegen der drückt 60 mal in der Sekunde da noch Platz mir das hat auch einen Kanabor vlogt aber das erzählt er niemanden äh was ne mhm wüsste ich nix von ich glaub der nennt sich äh unge oder so ähnlich naja ja ja nicht klar oh der passt nicht ich weiß ähm warte mal ähm leute wir haben ihr dürft nicht vergessen wir haben auf dem Dachboden auch noch ein Lager und ich packe Hölz rein apropos ah Kalle ich glaub 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 ich brauch ich nehm er hat nehmt ihr ja mal ja mal lassen kann auch noch was da in der steht doch auf kann sein Haus dringend der braucht noch was und kommt mir muss ja auch noch ein paar haben wir uns aber nicht wieder um machen wir das so okay der will mich wieder umbringen moment keine will nicht umbringen moment totschlag gebannt für 20 monate nein nur gekippt jetzt ist er wieder da ich bin kalle nicht so nicht warte mal deswegen kalle du darfst deine heutige folge nicht hochladen du darfst deine heutige folge nicht hochladen bitte ich nehme nicht auf das ist egal du hast aufgenommen du hast aufgenommen eine regel besagt man natürlich darf man nicht hochladen ich habe nicht getötet ich hast du getötet vorhin vor und den ganzen aufnahmen das reicht eigentlich auch schon gut lassen wir die zuschauer entscheiden ja das ist ja sowieso später ja mist dann ist es zu spät wie viele kalle unterlass das bitte ja weil ist nicht so toll ist aber ich würde sagen das reicht jetzt auch nein das ist keine klingel das ist eine komische tür ich sage bis zum nächsten mal hilfe 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 lasst mich raus und tschüss mit jammers geschreit und tschüss und 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 Bis zum nächsten Mal.